Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 24. August. Heute dabei DJI, Sony, Apple, Eventbrite und Fortnite. Beginnen tun wir mit dem großen Event von gestern und das war der DJI-Event und wie erwartet, es wurden Drohnen vorgestellt. Und zwar um genau zu sein, der Nachfolger zur beliebten DJI Mavic, wo es ja auch schon mehrere Varianten gab. Da gibt es jetzt die Mavic 2 und das ist nicht eine Drohne, das ist eine Serie von Drohnen. Zwei um genau zu sein erstmal. Und zwar die Mavic 2 Pro und die Mavic 2 Zoom. Im Prinzip natürlich wieder alles kleiner, schöner, schneller, weiter, immer noch faltbar. Das ist ja das große Feature der Drohne, also schön knapp und handlich kann man sich die zusammenfalten, um sie mitzunehmen. Und ich kann euch einfach mal ein paar Infos geben. Die Mavic 2 Pro, die hat eine Hasselblad L1D20C Kamera mit ultrahoher Bildqualität. Das sind 20 Megapixel, eine anpassbare Blende und das ist alles Fotografen, Fachbegriffe, mit denen komme ich nicht klar. Die Mavic 2 Zoom, die hat eine 24 bis 48 Millimeter Zoom Kamera. Die ist ultra flexibel, hat 12 Megapixel und schießt super Resolution Fotos mit 48 Megapixel. Und alles weitere könnt ihr euch am besten, wenn es euch denn interessiert, eben den Link in den Shownotes durchlesen. Oder ihr habt die Info eh schon irgendwo im Netz aufgegriffen. Tja, von DJI gehen wir zu einer anderen Firma, Sony. Die launchen ihren Roboterhund Aibo neu. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Den gab es mal vor knapp 20 Jahren und ich war zweimal kurz davor, mir sogar einen zu holen. Und jetzt gibt es die neue Version. Es ist also, wie gesagt, ein Hund, ein Roboterhund, mit dem man spielen kann, der eine Art von künstlicher Intelligenz besitzt und sich auch an den Besitzer anpasst. Und die neue Version hat den stolzen Preis von 2.899 US-Dollar. Aber ja, da habe ich gerade schon fast geschluckt, sehr laut. Denn damals ging der, glaube ich, für 1.200 DM über den Tisch, wenn ich mich recht enttelle. Zumindest eine Variante. Das war so der Preis, wo ich dann halt damals geguckt hatte, wie gesagt. Aber mich dann nie durchringen konnte, ihn zu holen. Ist auf jeden Fall auch gerade mit dem Preis ein Nischenprodukt. Aber ich bin gespannt, wie der sich entwickelt hat in den, ja, wie gesagt, knapp 20 Jahren. Schon allein durch die Technologie müsste der eigentlich viel wendiger, pfiffiger und, ja, schneller lernt sein. Also, man kann ihn sich dann natürlich auch demnächst in September auch angucken. Und zwar ganz konkret im Sony Square Store in New York. Ich habe ihn damals übrigens im Sony Store am Potsdamer Platz in Berlin angeschaut. Vielleicht haben die den ja auch noch. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob es den so nicht so überhaupt noch gibt. Aber, okay, nächstes Thema, Apple. Die haben jetzt wohl den Zuschlag von der EU bekommen, dass sie Shazam übernehmen können. Das wurde ja schon im letzten Dezember angekündigt, dass Apple das machen wollte. Shazam ist ja der Dienst, der Musik erkennt. Der ist zum Beispiel auch bei Snapchat integriert. Und wenn die Musik erkannt ist, dann leitet der zum Beispiel auch auf Spotify und iTunes und Co., damit man sich das Lied auch entsprechend kaufen kann. Und die EU hatte natürlich jetzt Bedenken, dass wenn Apple Shazam kauft, dass die das vielleicht einschränken könnten durch ihre Marktmacht und dann wäre Apple Music gestärkt worden. Anscheinend sind die Bedenken jetzt ausgeräumt und die EU nickt das wohl ab. Und ja, dann geht der Deal durch. Offiziell gibt es keine Zahlen, aber man geht von 400 Millionen US-Dollar aus. Tja, und von knapp der Hälfte, also 200 Millionen, geht Eventbrite aus. Die wollen an die Börse ein IPO machen. Wir hatten darüber auch schon berichtet und seit heute ist es dann auch soweit. Die haben jetzt die Unterlagen bei der entsprechenden Börsenkommission eingereicht und wie gesagt, wollen mit dem Börsengang 200 Millionen einnehmen und dementsprechend die Firma stärken gegen die Konkurrenz von Ticketmaster und Co. Letztes Thema für heute ist Fortnite, der, ja, das populärste Spiel oder der populärste Battle Royale, den es so gibt. Ich selber habe es mir auch mal angeguckt, bin noch nicht großartig weitergekommen. Aber ein Feature, mit dem Epic Games ganz viel Geld macht, sind die sogenannten Emotes. Das sind so Tänzchen, mit denen man sich ausdrücken kann, wie toll man ist oder sonst wie. Ja, und weil die so populär sind, haben die sich gesagt, das nutzen wir doch mal und geben einen exklusiven Emote raus, wenn die Spieler die zwei Faktor-Authentifizierung einschalten. Denn Sicherheit ist ja ein großes Thema. Viele Leute sind zu faul und das soll dadurch irgendwie belohnt werden. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Idee, ein neuer Ansatz und hoffe, dass auch viele Nutzer genau diese Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und dann können sie ja den Emote einsetzen. Ja, das war es für heute. Ich wünsche euch noch einen guten Freitag und habt ein großartiges Wochenende. Und ab Montag wird euch der Martin mit News versorgen. Und ab Mittwoch bin ich mit dem Martin ja in Berlin auf der IFA. Ich habe es ja schon angesprochen. Und eventuell werden wir euch dann zu zweit mit News versorgen. Also, bis denn. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.